Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich füll ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu einer Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture's tales along with the adults from the village storage teller and the town or tribe's plays, dances and festivals. If they contain violence, frightening images or sexual references, no one noticed. Was? Was?